was geht leute der jugend gamer wieder immer hier ich weiß kommt gerade ein bisschen spontan um diese uhrzeit und wir haben erst mal 19 mal und zwar geht es darum dass ja morgen die schule wieder anfängt und die youtube also die kinder die youtuber sind müssen die auch wieder in die schule gehen daher dass er für mich morgen auch wieder schule ist wundert euch nicht wenn ich am mittag kein video mache kann sein dass ich nachmittags zum 1 machen werde wenn meine schule länger geht nur abends 1 2 kommt immer auf meine lust an und wie viel zeit ich noch habe weil wenn schule ist muss ich auch wieder früher schlafen gehen ja das heißt meine videos werden dann so ablaufen dass wenn die schule vorbei ist ich meine hausaufgaben mache dann ich mich kurz ausruhen werde und dann erst wieder ein video mache oder ja ein video mache ich hoffe ihr habt schon alles für die schule vorbereitet ich bin schon vorbereitet von mir aus kann die schule auch heute losgehen was sag ich habe gesagt dass morgen die schule wieder los geht das laber ich da mein fehler die schule geht ja am montag wieder los trotzdem egal genau genau geht alle morgen zur schule werdet euch nur wundern ich kann gar nicht mehr das war meine kleine botschaft an euch jetzt spielen wir ein bisschen diese welt ist groß und du wirst ihn mit mir sehen gemeinsam werden wir bei unseren eigenen weg gehen was noch kommt ein team wie wir hält zusammen neue abend wo ja jetzt geht's los von mir und auf diesem weg gehen wir die reise startet hier ja und damit begrüße ich euch noch mal herzlich zu und ich habe schon mal gespielt hat kann glaube ich ganz gut bei euch an ich kann mich gar nicht dran erinnern was ab ich bin bewaffnet ich bin schon fast tot oh Gott was hat der denn da genommen kommt mir nicht zu nahe aber sieht auch aus 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 Nein, wir sind fast tot. Da ist ein Spieler. Hä? Er bekommt keinen Schaden. Ich habe noch ein halbes Herz, also ein halbes Leben. Nein! Mich jetzt fragt, warum ich wie zum Teufel ich Zombie-Wash im Vorraum schon mal gespielt hatte. Wer sich daran ändern kann, ich hatte doch noch meinen alten Account. Bestimmt zeigt das keiner, niemand. Und... ... ... Oh Gott Ah, Mama, Hilfe, sie ist auch bisher für mich. Alter. Vorher, wie kann die so bleiben, so weit? Oh Gott, scheiße. Nein. Shit. Game over. Na toll. Wir sehen uns gleich. So Leute, daher, dass Siren Head um die Welt geht, spielen wir Siren Head. Siren Head, komm her. Ja, ich hab ne Überraschung für dich. Natürlich können wir Siren Head nicht sehen. Das ist ein Test. Das ist ein Test. Ich hab ne Aufmerksamkeit. Schleifte mir an die Kommentare schreiben, ob ich öfter Siren Head spielen soll oder nicht. So. Wo ist er? Wo ist er? Ich hab noch ne Aufmerksamkeit. Schleifte mir an die Kommentare. ... und die Kostel-Armee von einem Quartierkampen und Verlangenen. ... 20 nautical miles. ... der Nationalen Service für die Central-Jürfische ... ... ist von 3.00 Uhr nachdem ... ... von 4.20 Uhr ... Untertitelung. BR 2018 Die Sonne Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Damit verabschiede ich mich. Denkt dran, Montag ist wieder Schule. Bis dann und Tschüss.